Und deswegen sag ich dir jetzt, was ich habe. Das ist eine Kürbfassung von schönen Kappenabend und auf jeden Fall werde ich mich jetzt an, weil die Pippen dann auch. Wie in uns die dann auch, mit seinen Klästen. Aber auf Glück, die muss ich heute nur ein Euro brechen. Also geht das klar, geht das ist hier los. Und der Impfkampf, der will dann auch mit dem Hintergrund der Kuh hoch. Heute Abend, eigentlich keine Fähre schlechten, wenn du wie klarst, nur deine Meinung. Manche sind geschlagen seit Kindheit, wenn die Teilhänge ich weiß. Bei mir 10 Minuten ist Teilheit, eine Einheit, eine Kuh. Man kommt bei dir an und verschippt den Raps, wie man es hat. Man bringt, wenn man es kann, nie über. Doch leider ist meine Zeit, der Mike wird jetzt darüber.